Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge FallGuys. Bewertet gerne das Video und sonst viel Spaß. In der Nüße. In der Nüße. Wollt ihr mich nicht umziehen? Verleih. Das ist nicht gut. Oh, Drehdinge. Voll abgedreht, ey. Da sind zwei Sonic. Oh. Schön, dass du hinter mir stehst. So bin ich. Ey, lass den Kado los. Wenn ich jetzt für dich, bist du schuld. Nein. Also, hier bin ich schon mal durch. Oh, der runterplumpst. Ja, ich bin endlich aus dem Leben gekickt. Wow. Alter. Jetzt lass mich hier durch, danke. Hallo. Nein. Ciao. Aua. Hör mal, Vorteil, hier sind keine Zuckerdinger, hier sind Hammer. Ja, ja. Bin durch. Ja. Sehr schön. Da war ein Tanuki. Der sieht voll aus wie ein Minchoki. Minchoki? Ja. Hahaha. Oh, Ritterparcours. Ja. Mit der Wippe? Nein. Oh Mann. Hahaha. Oh Gott. Was? Sehr gut. Sehr gut. Eigentlich habe ich Pennycans. Wieso? Ich habe meinen Mund gerade gar nicht mehr zugekriegt. Achso. Hahaha. So ging es mir bei Heavy Rain, als ich erfahren habe, wer der Killer ist. Oh. Was? Der bewegt sich auch noch. Das hätte ich dir sagen können. Nein. Ach, du hast mich nicht gefraut. Hier ist auch ein paar runterrutschen. Oh, oh, oh. Scheiße, scheiße. Noll. Ich hatte hier gerade einen Bug. Oh, ich komme hier nicht rüber. Rüber. Wenn du ganz oben bist, dashen, ne? Mach ich. Da war es richtig. Nein. Okay. Ne, ich klatsche mir beim Kopf gegen die Kante. Boah, der springt nicht. Oh. Oh. Ist ja nicht gesprungen. Bin durch. Gucken wir mal, was Pippe da so macht. Da, der macht das immer nicht. Muss auch schön nach vorne drücken, ne? Mach ich. Das geht doch. Ja, fast wie das Schwimmbad hier. Ach. Ja, das hättest du jetzt spielen können, wenn du dich mal angestrengt hättest. Hals, Mund. Hals, Mund. Hals, Mund. Ich habe einen Hals und einen Mund. Hm. Guck mal, die Banane grinsen. Ui. Kann ich mir jetzt was trinken. Und mir zugucken. Ja. Der Zuckerstank vollgolb. Nein! Yay! Oh. Ich habe gerade dieses... Dieses Seam mit diesem Triggered vor mir. Ja! Oh, erste Reihe. Ja, wir erste Reihe anfangen. Der war doch an. Super, und tschüss. Hey, Professor. So, er ist jetzt schon mal geschafft. Oh, ich bin ein kleines Stück hinter dir. Nummer zwei ist auch geschafft. Kommst du im Kopf die Kratzen. Das ist das Gute, wenn man nur gerade auslaufen muss, ne? Hör mal, warte auf mich. Nimm Gordon mit. Dieser Gordon, hallo. Hallo. Oh, Alter. Miep, miep. Jetzt sind erst die ersten durch. Guck mal, wie krass wir durchraschen, Alter. Gordon. Für dich immer noch Mr. Freeman. Schö, 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 schö. Nein! Keine Wart auf mir. Das ist krank. Ich wollte doch gar nicht drauf und ich wurde drauf geschoben. Ich bin gleich im Ziel, ich bin gleich im Ziel, ich bin gleich im Ziel, ich bin gleich im Ziel. Nein! Tschüss. Kato, warte auf mich! Nein, wollte ich nicht. Ich war direkt hinter dir. Nein, wollte ich nicht. Die schwindelnde Höhlen hatten wir heute auch noch nicht. Hey! Oh, mit dem Schwingding! Oh nein! Und ein Hämmerchen. Hammer time. Aber wenn den Hammer gut nutzt, kannst du an den Drehding vorbei. Kleine Randinformation. Sehe ich so aus, jetzt würde ich hier in diesem Spiel. Irgendwas sinnvoll nutzen? Nö. Ja, Schutzzeugen, brother. So, über die Plattform komme ich eigentlich gut rüber. Das ist auch noch das leichteste. Sind das Schwingding? Oh, das hat er plumps, alter! Aber das Drehding. Ja, ist doch Drehding, Schwingding. Ne, Schwingding ist was anderes als Drehding. Das weiß man doch, dass das Schwingding was anderes ist als Drehding. Oh, da ist ein Hof nach. Da ist ein Fickinger! Nice. Hui! Guck, und so nutzt man den Hammer, um an dem Drehding vorbeizukommen. Und er ist da. Das hat keiner gesehen. Nein! Das hat auch keiner gesehen. Versuch's mit dem Hammer. Guck! Wow! Nein! Mit dem Hammer, nicht gegen den Hammer. Ja, ja. Watsch mich nicht voll. Guck, der ist genauso doof und macht's gegen den Hammer. Dadurch kommt er nicht ins Ziel. Yay! Du bereitest mir wieder den Sieg vor, ja? Ne, diesmal bist du dran. Ne. Doch. Ich hab dir eben schon den Sieg geschenkt. Gar nicht. Natürlich. Ne. Wer hat dir denn den Chip gegeben mit dem Hammer? Mit allen beiden? Ja, da ist sie still, ne? Ich konzentriere. Mit. 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 Aua! Du bist doch nicht immer weg. Toll. Toll. Du bist doch nicht immer weg. Toll. Drei. Kann man das Ding hier schieben? Halsche Richtung! Hallo! Hofmensch. Das ist meine Punkte. Oh, der magische goldene Fische ist schon durch. Oh, der hat die Faszikado Deluxe in Gericht. So, das war Ring Nummer 2. Hallo. 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 Wie läuft's so? Oh, ich bin bei 3. Du schommelst. Du schommelst. Du schommelst. Na durch. Oh nein. Was macht du? Oh scheiße. Was war das denn? Ja, ich bin nicht so gut wie du in dem Spiel. Ich bin nicht so gut wie du in dem Spiel... Benutzt sich denn Megaman oder wie auch immer der darstellen soll. Du kannst schon versuchen zu stören. Hör die fest, wer der springen will. Oh Mann! Ja, hau rein. Dann holt er sich beide. Ich möchte jetzt, dass du dich bei mir entschuldigst, guck, jetzt hast du das wieder nicht mitspielen, weil du dich nicht angestrengt hast, ja, ja, du solltest geschehen, ja, ja, doch, doch, na gut, dann nicht, will ich mal nicht so sein, ne, ja. Ich hab dich grad trotzdem gesucht. Dann such mal. Püppä, wo bist du? Bist du das? So das Schneeball? Lass mich durch, ich bin Gott Freeman. So ein Osterthema wäre ich nicht. Oder was? Wir sind doch gerade jetzt mit dem Winter fertig. Ja, und nach dem Winter... Hey Manni! Manni will nix mehr. Was ist das denn da? Was hat der da für fünf Bände drin? Wer da? Ja. Sieht nach Geschenkpapier aus, oder so? Sieht eher aus wie, na, in einem Hansa-Spiel oder so. Äh... Wup, wup! Boah! Ich darf sagst du mit dem Spielen und du nicht. Mir doch egal, du fällst dir raus. Na und? Vielleicht auch nicht, weil ich Gordon Freeman bin. So ein Sitz. Los geht's! Wir gehen ja weg, Erik. Was wollte er denn von mir? Wollt noch eine Kuschel vielleicht? Bin ich so der Typ fürs Kuscheln. Mit Namen Kuschelst du auch? Ja, mir ist ja auch toll. Oder würdest du was Falsches sagen? Ne. Ich habe nie etwas anderes behauptet. Nie etwas anderes behauptet. Da sieht der Erik. Einer ist schon raus. Da sieht der Erik. Der Wikinger, oder was? Ja, Erik, der Wikinger. Warum, Erik? Warum nicht? Lieber Olaf? Ja. Ich wollte doch im Moment Scrubs gucken. Da gab es doch diese... Da hieß auch einer Erik. Da hat JD gesagt, Erik, der Wikinger. Deswegen Erik. Oh Gott, hier ist schon wieder Boden zu sehen. Oder kein Boden mehr zu sehen, eher. Ich baue ab. Du hast dir gerade runtergeschubst. Yeah. Bup, bup. Jippie, jippie, ja, jippie, yay. Echt? Hm. Yay, wir dreht den gern. Warum muss es von allem in der 10 Varianten gehen? Abwechslung? Ja, wie er in der ersten Reihe startet. Ja. Und der zweiten heul doch. Geht doch. Ey, hör auf mich fest. Hallo. Ich hab schon mal was von 1,50 Meter Abstand gehört. Nein. Noch besser 2 Meter. Oha. Das hier wieder los. Oh, ja. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ja, ist klar. Ui, ich bin gerade über das Tor rüber geflogen. Ja, ich werde hier schon nach vorne geschoben. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Oha, ich werde hier mal zurückgeschossen. Oha, Alter. Und durch, dritter. Oha, ich bin gerade über das Tor geflogen. Erst mal ein Bier. Nee. Nein. Oha, du. Boah, du blöder Orang-Schnittstück, du. Achst du. Oh, kann jetzt nicht mal Skiflug kommen? Was? Na, dass wir den Punkten, wo du durchspringen musst. Oh, nee. Warum nicht? Oh, nee. Ich finde den Modus toll. Nee, nee. Erste Reihe? Ja, Bierhek. Dafür steht Soft Ice-Level. Ja. Lass mich durch. Ich bin Gordon Freeman. Oh, ich habe es nicht geschafft, wegen dir. Wegen mir. Ja. Bist du wieder wie die Schuld zu? Oh, da sind zwei Soft Ice. Und ein Burger. Und der orangene Typ. Bei mir ist die doofe Ente. Das gab dieses Mal kein Cardo-Deluxe. Dein. Boah. Hast du das gesehen? Ich bin ganz in den Gantt gegengesprungen. Ich bin auch dagegen gesprungen. Aber ich wurde dadurch noch genauso, nur ein bisschen mit mehr Schwackes. Aber ich bin durch, also. Am besten 50 Prozent. Ich nicht. Ich schon. Jetzt Tanni bist du auch eingegangen. Ja. Kanuki Batgate Zeit. Warum guckst du eigentlich immer so runter? Du hast doch Hühner. Hä? Na, dein Vollgeist. Weiß ich nicht. Der will sich seine Angst stellen. Ähm. Soll das hier nur drei Rollen? Das ist eigentlich das Finale. Nee, das Finale ist mit zwei Rollen. Ein Puppe. Boah. Das kam jetzt vielleicht falsch rüber. Nein. Hat auch nicht mal die Gefühle, Verletzer so. Na denn? Oh. Nein. Bist du runtergefallen? Ja. Boah. 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 Kennst du doch gar nicht. Guck, jetzt musst du das ohne mich spielen, so. Endlich gewinnen wir das. Nee, ihr fliegt jetzt raus. Weißt du doch nicht. Du wirst schon sehen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du wirst das schon sehen. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab ne Tasse bei mir. Hamburger. Cheeseburger. Alle gibt euer Ballgummi. Ja. Ihr schummelt. Gar nicht. Ich will daschen. Guck, da kommt Blaue, da hat was dagegen. Nice. Wohin zu entlang. Ja, das hab ich mir auch gekriegt. Nice. Da ist Prinzessin Sonic. Prinzessin. Ich hab da schon zwei Blaue an der Hacken. Sorry, ich bin grad sehr konzentriert. Nee, ich hab da gar nicht. Trotzdem sieht das irgendwie komisch aus, was jeder macht. Egal, wir sind am Gewinn. Oh, Erdbeestückchen. Ich mag Erdbeestückchen. Ich mag Erdbeestückchen. Lecker, lecker Erdbeestückchen. Da lang. Nee, die anderen wohl lieber in die andere Richtung, glaube ich. Ja, ist mir egal. Hahaha. Ja, der braucht so lange, dass sogar die Musik schon aufhört. Nee, muss noch nicht. Das hätte ich ja auch gern mitgegeben. Ja, dann komm fix rüber, dann kannst du spielen. Ja, drüber auf Pause. Hahaha. Pass auf die Ente auf. Das ist auch, das sieht auch cool aus. Ja, das sieht lecker aus. Das Eis sieht cool aus. Hast du den verstanden? Ja, ja. Und sag, du musst auch springen. Was? Oh, der ist nicht mehr gesprungen. Bis zum nächsten Mal.